Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Project. Traditionell gehen wir schlafen. So, dem aufmerksamen Beobachter fällt auf, wir sind erst bei Tag 10, jetzt Tag 11, es geht rasant weiter. Grünfaktor sind wir auf 20, blubber ist auf 2700. Ja, woran liegt das? Und zwar, es gab ja das Update und man sieht hier schon, da hat sich einiges verändert. Dinge verderben jetzt. Das hat dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, hey, das macht das Spiel ja überaus schwierig. Das hätte ich gern. So, und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir starten einfach neu durch. Allerdings sind wir jetzt schon auf Tag 10, weil das anfängliche, langsame Warten will ich euch ersparen. Aber, was mir sehr gut gefällt von der Herausforderung her, bei diesem, ich sage mal, Verderblichkeits-Update, es ist wesentlich schwieriger geworden. Es ist schwieriger geworden, die Löcher sind kleiner, die Wasserlöcher, 672, die war mal höher. Oder unten ist eine Eichdechse, die muss ich tatsächlich jetzt töten. Die muss ich töten, es bleibt mir nichts anderes über. Wir brauchen es. So, dadurch, dass die Dinge verderben, ist das äußerst komplex geworden. So, das heißt, ich habe jetzt gemeinsam für unser Let's Play vorbereitet, den Tag 10. Bis zu Tag 10 habe ich die einfachen Dinge durchgespielt. Gemeinsam starten wir jetzt in den weiteren Ablauf. Ich habe nicht genug ein Blatt im Inventar. Oft geht es mir so. Ja, das war noch vor, kann ich zu langer Zeit, ganz anders. So, hier, hier, hier. Gut, wir pflanzen natürlich wieder Mais, wir haben Hunger. Das ist in diesem Update echt etwas anderes, gefühlt schwierig. Schwierig, 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 nicht schmierig, schwierig. So, Samen und Rüttelmaschine habe ich hierher gebaut. Rüttelmaschine habe ich geholt. Das war aktuell im Tag 10. Genau, im Tag 10 habe ich die Rüttelmaschine hierher gebracht. Also hierher gebracht. Von drüben ausreichend gerüttelt, bis ich es hier bauen konnte. Oh, da brauche ich ja noch. So, ich lege mal die alte Eidechse da rein. Wobei, die brauchen wir einfach nur grillen, oder? War das so? Genau. Dann werden wir die mal grillen, damit wir was essen können. So, Samen. Ich pflanze noch Paradeiser. Tomaten, sorry. So, oh wie schön, oh wie schön. So, jetzt haben wir uns gerade erst den konzentrierten Kaffee geholt. Aber, hätte ich das Update nicht runtergeladen, was wäre denn das für eine Herausforderung gewesen? Dann hätte ich weitergemacht, bei einem Spielstand, den keiner mehr nachvollziehen kann, weil Dinge verderben einfach nicht. So, und jetzt verderben sie. Ist das nicht wunderbar? Ich freue mich drüber. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich drüber freue. So, ähm, ich habe auch den Blumenbusch geholt, ihm hier. Wir brauchen für den Blumenbusch, ähm, wir haben das. Okay, Wasser, 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 mein Gott, Wasser. Äh, Aluvera, hier, Aluvera. Da, da sieht man es, schön verdorben, schön verdorben. Die Sachen sind total verdorben. So, ich brauche Wasser, es wäre nett, wenn es regnet. Oh, noch einen Unterschied. Ich habe mir noch etwas dazu, äh, dazu gebaut. Also, ich habe noch relativ wenig Wasserfässer. Man sieht es hier. So, das können wir uns dann auch noch anheizen. Ich habe die, äh, erweiterte Küche noch nicht da drinnen. So. Hier, totes Huhn. Verfaultes, totes Huhn. Ähm, ja, schauen wir mal. Im späteren Update wird es dann so, dass, äh, wenn etwas gegessen wird, was verfault und kaputt ist, dann ist die Chance da und wahrscheinlich nicht mal so gering. Och, schade. Ähm, dass er krank wird, dran. Gerupftes Huhn. Das heißt, man kann verfallte Dinge nicht mehr weiterverarbeiten. So. Was ich mir wünschen würde, wenn wir schon über verfallen sprechen, das würde ich mir tatsächlich wünschen. Wenn ich jetzt das verfallte Huhn in die Pfote nehme, würde ich es gerne hier reintun können. Kann ich aber nicht. Verfallte Dinge kann man nicht kompostieren. Da würde ich mir, da würde ich mir tatsächlich etwas wünschen, damit man das tun kann. Weil so kann ich es einfach nur hierher legen, bis ich einen Mülleimer habe. So. Ich nehme mir das mit, das blaue Ding. Hier habe ich auch noch ein blaues. Die brauche ich jetzt gleich. Ja, gleich die Ästchen. Also, das mit dem Verfallen, ja, das macht es komplexer, macht es schwieriger, herausfordernder. Super. Aber, wenn wir schon über Verfallnis sprechen, dann sollten wir auch über, man kann das auch ausnutzen, sprechen. So. Wir haben hier was gegrillt. Ich möchte das gerne kochen. Hier haben wir ein wenig Wasser. Also, draußen müssen wir natürlich noch Wasserfässer aufstellen. So. Was? Nö. Völlig falscher Tisch. Hier. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser. Jawohl. So. Und wenn du mir bitte den Busch bastelst. Niemlich. Super. So. Toll. Äh. Moment. Wir haben noch eine Aloe Vera. Wir haben noch das Zeug. Wir haben noch das Zeug. Wir können noch einen Busch pflanzen. Super ist das. So. Jetzt fehlt uns noch Aloe Vera. Ich habe noch... Ja, klar habe ich nicht genügend. Oh. Ein Kiefer war da. Ähm. Jetzt hätte ich aber genügend Platz im Himmel da. So. Ja. Aber keine Aloe Vera mehr. Ach so. Dieses Plastikfläschchen füllen wir gleich an mit Wasser hier. Das nehmen wir mit. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö zum nächsten mal seit und zwar ich habe hier ich habe da was vorbereitet wobei den habe ich schon vorbereitet wir pflanzen noch die blumen büsche ein und dann sich das vorbereitet so dann würde ich mal sagen blumenbüsche oder ach klar warum nicht so dann hier und hier ich möchte ja auf dauer dem blubber weg bekommen so blumenbusch blumenbusch super so bedeutet wir haben noch keine lampe wir haben noch keine wir haben überhaupt noch keine sachen so das wollte ich nicht da haben wir noch einen ich habe wegen dem einen so was haben wir vorbereitet das salz hier seit sandiger boden so und zwar also wir können es noch nicht machen so viel gleich vorweg aber wo waren das rohstoffe ist das rohstoffe oder nützliches ich glaube nützliches auch den brauchen wir dann unbedingt leider können wir noch nicht so viel machen so küchenbrunnen werden wir dann auch machen war ja ein wunsch so rohstoffe salzbeutel hier wir brauchen beutel wir brauchen salz und ein hämmerchen dann können wir einen salzbeutel machen und da können wir dinge dann sandsack könnte ich einen strand machen damit kann man dinge dann haltbar machen da freue ich mich dann auch schon so ich glaube wir brauchen auch mehr aufbewahrungs boxen aber im moment gar nicht so schlimm dass alles so was packen wird da wieder rein wir geben das da rein machen ein wenig maissuppe so dann trinken müssen wir nicht das können wir jetzt weg so packen wir den sand und den mais warum hier rein wenn wir da platz haben so und holen ein paar baumsamen ist ja nicht schlecht so die kann ich leider noch nicht um die tomate wunderbar 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 die tomate kriegen wir auch so und hier so und das pflanzen wir da daneben um es zu begrünen würde ich nämlich sagen hier in richtung des konzentrierten kaffees so er kann ja nicht schaden und wird sich ausbreiten hier super holen wir uns da auch gleich das da so warum ich da abstand gelassen habe für einen zweiten samen rüttel und dahinter wenn es denn sein muss noch eine rüttelmaschine sowie holen noch weitere samen ja ich weiß wir sind noch nicht so weit wie im anderen aber es ist auch erst tag elf sorry dafür aber ich habe gedacht weil es eben wesentlich herausfordernder ist als vor dem update dass wir einfach mal starten müssen sonst das ganze ja nicht naja wäre das ganze ja nicht richtig so natürlich kann man jetzt sagen das macht das ganze spiel herausfordernder schwieriger ja ja richtig 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 so das lasse ich kurz da liegen tragt das weg wir brauchen unbedingt stoffe stoff wir benötigen stoff so das da werfe ich da gleich ein so dass da und stöckchen haben wir hier da lege ich mal rein das da und das dabei das werden wir jetzt so schnell nicht mehr brauchen hier gebe ich ein also man sieht viele dinge verderben ich hoffe die glühwürmchen verderben nicht die habe ich übrigens gefunden da bei dem grab da unten wo man auch den blumenstrauch samen findet so dann kann ich hier mal die sammeln 52 meis samen ich glaube wir kommen eine zeit lang durch werden die feder auch noch nicht komplettiert also man sieht es ist noch gemeinsam hier für uns viel zu tun so wir laufen da mal vor wir haben viel müll in der tasche ja das kann man trinken aber das so wie hin den rest auf da hätte man alle wäre dann hätte man das zeug erledigt das ist vielleicht gar keine schlechte idee so mal hier und mal hier und so super ich hole mal die aloe vera und wir machen die restlichen blumenbüsche dankeschön und dankeschön so so oh die maissuppe ist fertig wie wunderbar können wir gleich essen so also geht das mit dem wasser oh es geht es geht oh super herrlich einen blauenbusch ob wir noch einen finden ob wir noch einen blauenbusch finden das ist die frage wir schauen mal blauenbusch blauen pilz blauenpilz ist natürlich schwieriger jetzt kann man nicht mehr so auf vorhand produzieren man muss das thema mit dem salz angehen und so weiter leider kein blauer bild mehr hm wie schade wie schade so wir schauen mal hier da sieht man oh wilder mais da sieht man ich habe schon wild gepflanzt um hier rüber zu kommen wegen der fabrik die komplett durchgelotet ist das war wichtig und notwendig so wir machen mal diesen hier so da 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 regen wäre gut so im zusammenhang mit regen werde ich gleich eine regentonne basteln mhm mhm kann man gleich Pilzsuppe machen super so Pilzsuppe regentonne Pilzsuppe so einmal noch die Maissuppe wir haben eine dabei auf Tasche die stinkenden Dinge lege ich neben das Haus oder die lege ich da her so auf die Palette auf die Palette ok neben die Palette oh stinkende Dinge abgelegt apropos stinkende Dinge hm 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 so was haben wir da drin eigentlich oh kurz es ist kurz so wir bereiten die Pilzchen vor Pilzchen den Mais nehmen wir mit den brauchen wir da nicht mehr drin den können wir verschimmeln lassen wobei ich glaube die verschimmeln auch die Würmer weiß ich nicht ob die Leuchtgiefer verschimmeln das habe ich schon gesehen verschimmelt nicht zwischen der heutigen und der heutigen Folge so äh tonne eine metallene regentonne ja so Landwirtschaft hier ok äh haben wir davon noch nö doch so also wir brauchen Pfeile fünfmal das und zehn Draht zehn Draht ja den Hammer brauche ich natürlich auch weil ähm deswegen weil wir brauchen ja auch fünf solche Bahnen super so dann mal Draht hier Pfeile hier und die Bahnen hier so erste Metalltonne so und dann würde ich sagen wir gehen auch das Thema ähm das Thema Küche an Küche Küche mit Ö oder mit Ö je nachdem Köche so verbesserte Köche uh da brauchen wir viel Metall oh da brauchen wir viel Metall ok dann sparen wir uns die verbesserte Köche für später auf klasse egal könnte man da hinten auch noch machen einen Mülleimer für die für die kaputten Sachen ok wir haben aber keine Barren im Moment gut dann schauen wir dass da oben das Zeug relativ rasch wächst so das hier brauche ich jetzt mal das brauche ich nicht mehr das Messerchen kann ich da auf den Schlachtertisch legen ein Messerchen wir haben noch eine Messe das ist super das kann gegrillt werden so Mölea ja das Thymian ist noch nicht noch nicht notwendig so dann haben wir das nein aus Gewohnheit mache ich das das war im vorigen Spielstand mein Metalllager völlig falsches Ding verwirrt natürlich werden wir dann noch eine Werkzeugkiste aufbauen fürs Werkzeug und da habe ich den Zettel drin egal so dabei ist ja hier vorerst mal die Metallkiste das werden wir draußen platzieren das haben wir mit haben wir mit Wasser könnte man nachfüllen so sicherlich ist hier so bei einem Dünger hätte ich gern dann könnte ich den Blumenstrauch noch einpflanzen zusätzlich lauter kaputt das ist alles kaputt so Regen wäre dann gut schade die 26 kann ich da nicht reingießen na gut so wo ist denn jetzt der Metallbömmel so da kann ich dann auf Whisky Destillerie machen da kann ich dann neben meinem Whisky Fass sitzen wo ist denn mein Metallbömmel Metallbömmel habe ich den jetzt irgendwo den habe ich ganz sicher irgendwo abgelegt und jetzt geht es wieder los können wir nein wir können ja noch keinen Sack machen verdammt mehr Metallbömmel da ist er doch ja den muss ich doch ein einwerfen in die Rüttelmaschine so schauen wir mal da ja wie gesagt macht es wesentlich schwieriger und ich mag diese Herausforderung das finde ich gut auch finde ich das nicht schlimm dass er dann krank werden kann wenn er verschimmelte Sachen ist also verdorbene Sachen muss ja nicht verschimmelt sein finde ich gut und macht es herausfordernder und schwieriger also ich hätte gerne ein Stück Dünger ja du wolltest es ja schwieriger hätte ich die zusammen geworfen hier eins vier hätte ich die zusammen geworfen hätte ich hätte ich hast du nicht so super den Samen werfe ich da rein ich muss einen Mistkirbel bauen ich brauche einen Mülleimer unbedingt zwingend erforderlicher Mülleimer ach ja auch schon leer dann füllen wir das da noch ein schreibt es mir ruhig in die Kommentare ob ihr das okay findet oder nicht also ich kann da jetzt nicht mehr viel ändern weil wir haben ja Spielstand ich habe den anderen natürlich nicht aufgehoben weil ich speichern ist feig nein den anderen habe ich nicht aufgehoben weil ich mir gedacht habe wir machen sowieso so weiter schreibt mir einfach ob das okay ist ob wir hier so weitermachen sollen oder ob ich was verändern soll wie dem auch sei ich produziere noch das damit über Nacht wir ausreichend Dünger haben für einen weiteren Blumenstrauch da freue ich mich schon da freue ich mich schon Neuanfallen tut manchmal wirklich gut ist wie im richtigen Leben so die Suppe hier da ja danke die sind fertig die könnte ich ernten also die Bäume wollen wir das noch machen wollen wir das noch machen eigentlich würde ich das schon gerne machen so dann haben wir gleich Samen aber wir haben keinen Dünger wir warten wir warten wir warten einfach ja wir warten so meine Lieben das war's für die heutige Folge ich bedanke mich fürs dabei sein und tja wir sehen uns in der nächsten Folge wieder morgen bis dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020